Steffen mit Anlauf und er ist schnell und er hat einen herrlichen Pass gespielt auf Zerrate. Oh nein, das gibt's ja nicht. Steffen, noch ein Lattenschuss. Wie kann ich dieses Tor nicht machen? Steffen, wunderbar. Zerrate, dann gute Abwehr von Mahl, Zerrate an den Pfosten und dann ist alles klar. Denkste, Steffen, an die Latte. Ich glaube es hat ein Magnet drin. Es hat ein Magnet drin. In Pfosten und in der Latte. Solche Szene muss man einfach lachen. Der Fußball ist schön, eine solche Geschichte.